Yo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum nächsten IPL Fight in der IPL Season 2 gegen den guten It's for Thief, meinem Rapigato Bro und ja, eigentlich hätte es hier eine richtig geile Capture Card Aufnahme gegeben und ich wollte die eben gerade aufnehmen und dann habe ich gesehen, dass der gute Fight, der mir eine Capture Card Aufnahme gemacht hat die schon runtergetan, also halt entfernt hat und somit konnte ich leider das nicht mehr aufnehmen und somit muss ich jetzt wieder hier so das aufnehmen aber ist auch egal trotzdem nochmal vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir eine Capture Card Aufnahme zu machen kannst du ja auch nicht wissen, dass ich jetzt erst anfange, die aufzunehmen ich habe mit dabei Empolion, Aerodactyl, Vulcanion, Katagami, Sorg, also Caradonis und Empolion 2 Tief, X-Fa, Trabigator, Azumara, Vili, Heatran und Mega Elekazam und ich würde auch sagen, wir beginnen schon gleich, denn ich muss nicht sputen so, wir leaden hier mit unserem Empolion, weil ich predigt habe, dass er hier mit seinem Ping Revenger leaden wird und er geht hier jetzt auch sofort, wie wir sehen, auf den Verhöhner, weil er dachte, wir gehen hier auf die Rocks aber tatsächlich habe ich mir gedacht, vielleicht geht er ja auch raus oder so und ich habe auch keine Rocks drauf, ich habe nur den Defog, gehe hier also auf den Scald dieser macht hier sehr, sehr guten Schaden eigentlich bekommt hier den Burn und er kann sich halt jetzt noch ein bisschen mit dem Giftschleim heilen und ja, er kriegt jetzt hier nochmal bis Burn und ich gehe jetzt hier auf die Lichtkanone, weil ich den Vili-Switch impredicted habe und er geht hier raus ganz klar und geht hier auf sein Ibims 1 Pro Dall ähm und ich kann hier halt ganz, ganz safe jetzt hier auf die Lichtkanone gehen die dieses Azumara eigentlich rausnehmen sollte das glaube ich die es halt guten Schaden machen sollte und jetzt kann ich hier wieder rausgehen weil ich möchte nicht so gerne meine Schuhgebeere verlieren gehe also meine zwei Lümmel und ich bin da auf das Viech gespeedcreept mit der Schlammwoge hier schlägt irgendwie mein Specs ab war eigentlich gar nicht mehr so schlimm kann jetzt hier, wie gesagt, auf die Schlammwoge gehen er geht hier raus, geht in Double Green ähm, hat wahrscheinlich keine Ahnung was prediktet auf jeden Fall gehe ich hier auf die Schlammwoge diese macht relativ ohne Schaden ähm, wahrscheinlich speziell defensiv denke ich jetzt einfach mal meine zwei Lümmel gehen jetzt nochmal auf die Erdkräfte weil ich die Heatrim Switch prediktet habe ähm, und er kann jetzt hier rockig, locker auf die Rocks gehen kann die hier drauflegen ich kann hier auf den Flamethrower gehen und kann diesen Double Dream bisschen Schaden machen äh, ich hatte eben Schlammwoge, Flammenwurf, Erdkräfte und Steam Eruption drauf er geht jetzt hier aufs Toxin war relativ lustig und ich habe hier prediktet dass er auf die also auf Heatrim geht weil er denkt ich mache jetzt mal Flammenwurf was aber ziemlich dumm von meiner Seite aus war und ich gehe hier auf die Erdkräfte diese mache jetzt nicht alles zu viel killen sogar gar nicht er geht hier auf die die Cover kann jetzt hier wieder vollheilen also halt fast vollheilen und ja jetzt muss ich hier ein bisschen was machen denn so ein halbvolles Willi will man nicht gerne auf dem Feld haben Toxin kommt, ganz klar wir müssen jetzt hier an der Stelle raus und geht hier in also ich gehe hier in ein Polio die Genesung kommt heißt ich hier wieder voll und ich kann jetzt hier natürlich auf die Lichtkarte untergehen die dieses Double Green eigentlich recht gut Schaden machen sollten und er geht hier in Guru und ich gehe aufs Defog ich gehe aufs Defog hat er wahrscheinlich prediktet oder so ich gehe aufs Defog damit wir halt die Rocks wegbekommen und somit die Box jetzt weg ich kann jetzt hier rausgehen weil ich möchte hier nicht gerne drinnen bleiben gehe hier in meine zwei Lümmel um dieses zu sacken weil die können ja auch nicht mehr allzu viel machen er ist mega Sinsala ähm und kann jetzt hier mit einer Psychokinese unser Volcanion rausnehmen hat jetzt hier halt zwar H2O Absorber aber er juckt uns eigentlich gar nicht mal mehr so sehr er kann halt jetzt in Siedwasser rein und er kann jetzt in Siedwasser denken wow äh Spukball hat er hier anscheinend nur für Latios drauf weil das ist das einzigste Pokémon was anfällig gegen diese Attacke ist hätte ich vielleicht Dazzling Glee mehr gespielt aber naja oder Spukball ich weiß nicht auf jeden Fall kann ich mich hier mega entwickeln dachte er geht hier vielleicht raus ähm ja er geht hier nicht raus warum auch immer ich das gedacht habe machen wir einen super guten Schaden kann jetzt auf die Verfolgung gehen diese aber nicht killt weil er nicht rausgesucht hat aber trotzdem guten Schaden dafür dass es nur eine Verfolgung ist hätte ich hier doch noch ganz gespielt ne ich geh jetzt hier meinen Robigato und kann jetzt hier halt den H2O Absorber ja nehmen super und er kann jetzt halt hier auf die Psyche gehen diese machen hier ein bisschen und somit kann ich eigentlich mit Volcan 2 oft mit dem Discharge dieses nicht rausnehmen und hat eigentlich keinen richtigen Switch in Discharge bis auf sein Guru äh bis auf sein Viecher und ich geh jetzt hier auf die Genesung stimmt hier naja ich geh aber hier auf die Genesung weil ein Fokusblast hätte mich doch schon relativ gut mitgenommen und ich wollte voll sein hat er relativ gut gemacht switcht hier in Hiton raus ich geh hier raus in Bertic weil so wenig K.P ja brauche ich jetzt auch nicht mehr so sehr und er geht hier auf den Labersturm der mischt leider hätte ich wahrscheinlich noch getankt ich weiß es gerade nicht aber er geht hier wieder raus in Double Green weil er möchte sein ich geh schon noch nichts hacken was ihm schlau ist und ich geh jetzt aufs Erdbeben und hier sehen wir spätestens dass es ein voll speziell defensives Double Green ist weil der Erdbeben macht super guten Schaden und die Sache ist halt jetzt ein Aero Ass sollte auch relativ guten Schaden machen und wir sehen hier auch es kommt der Aero Ass dieser macht super guten Schaden und ein Spiegel Cape kommt was ich nicht verstanden habe an der Stelle aber anscheinend hat er irgendwie gedacht dass Spiegel Cape auch für spezielle Attacken sind keine Ahnung aber trotzdem war es sehr sehr lustig tatsächlich denn das Fick fehlt oder schlägt jetzt fehl kann hier mit dem Aero Ass dieses Willi rausnehmen ziemlich gut denn Willi ein kleiner Check für unser Empolion ist jetzt raus und er kann jetzt hier in der Echte gehen und das kann es halt jetzt killen ähm und wir sehen hier es ist gescarft hätte ich aber auch so mit gerechnet an der Stelle kann jetzt hier unser Aero Dactyl rausnehmen und wir gehen jetzt hier unser Kakagami und es war eigentlich ziemlich obvious dass er hier in sein äh X-Bud geht aber ich bin einfach safe gegangen weil ich hätte halt alles rewenden können und ein X-Bud macht mir gebürt jetzt eigentlich auch nicht so viel an der Stelle Blauprene kommt die macht relativ viel sogar aber wir sind heute auch Gelife Orb und ein 181er Base Attack das sagt einiges die Giftschleim Burn alles dabei und ich gehe jetzt hier auf die Psycho auf den Psycho Cut und er kommt jetzt hier auf die HP und er hat die HP verkackt es wäre eigentlich eine HP Fire gewesen aber er hat sie verkackt und somit können wir dieses X-Bud rausnehmen ich weiß halt auch nicht ob er einen Genner hat oder ob er selbst Gennt auf jeden Fall die HP ist verkackt worden somit können wir mit Katagami dieses Viech rausnehmen er geht jetzt hier in Guru und ich kann jetzt hier also er kriegt deshalb ihr Bestienboost und ich kann jetzt hier ganz ganz safe kann ich mit Katagami rausgehen und kann hier in meinen Porygon 2 rein gehen weil Porygon 2 kriegt von allem nicht so viel Schaden Fokusfluss macht maximal 40% oder so oder 30 weiß ich 33 ungefähr habe ich noch im Kopf gerade irgendwas mit 33 hier haben die Kraftreserve Feuer die kriegt mich nicht macht im Vergleich dazu relativ wenig Schaden er geht jetzt hier natürlich raus geht in sein Ibims 1 Podal und ich habe dies prediktet mit meinem Discharge oder auch auf Deutsch Ladungsstoß und habe gehofft vielleicht kriege ich ja die Para aber nein ich kriege nichts davon aber trotzdem machen wir dem Viech sehr sehr guten Schaden dass wir damit Karadonis das Viech killen können ich gehe jetzt hier raus gehe in meinen Kakagami dieses können wir jetzt hier ganz ganz safe mit einem Abschlag hacken ist jetzt auch nicht so die größte Sache denn Katagami brauche ich nicht so viel äh so hart und jetzt kann ich halt einfach in meinen ja Blue Kuroko gehen und kann hier Close Combat Span denn er hat einfach kein Switch in mir dagegen Rocks liegen nicht somit haben wir noch die Robustheit er geht jetzt hier raus hackt hier erstmal einen Turtle was ziemlich doof war aber er hätte halt auch sonst nichts reinstecken können ein Navigator möchte da nicht so gerne reinkommen und generell nichts aber wir können jetzt hier das Turtle rausnehmen Turtle oh sorry muss ich ganz kurz mal niesen ähm wir können jetzt hier dieses Sieg schon rausnehmen tatsächlich er geht hier in Guru und Guru kann hier auch nichts mehr machen denn wir sind um einen Punkt schneller als das Viech weil ich bin auf dieses Viech gespeed creeped bin hier also schneller kann dieses Guru hier auch safe rausnehmen wo ein Nahkampf kommt und dieses Guru schluckt somit steht es jetzt 2 zu 3 und er hat die Robustheit gesehen wollte wahrscheinlich mich anhitten aber dass ich geskafft bin ja jetzt kommt hier Ebims 1 Brudal kann mich jetzt hier halt auf 1kp runterhauen tatsächlich ähm und er geht hier auf die Wasserdüse diese macht mich jetzt hier wie gesagt auf 1kp runter kann er mit euch die Robustheit überleben kann er mit dem Nahkampf dann nochmal dieses Azumarek und jetzt kommt so ein leichter Misplay also ich hätte hier auf ein 3-0 Ergebnis spielen können also ich kann euch schon mal sagen ich gewinn safe denn er geht jetzt hier in Gator und was ich hier hätte machen müssen um ein 3-0 rauszubekommen ich hätte in Portion 2 gehen sollen denn ein Erdbeben macht mir einfach fast gar keinen Schaden da auf minus 1 ja nicht auch nicht und aber ich lasse hier meine Caradonis hacken und somit gewinnen wir nur 2-0 in Anführungsstrichen nur ähm also dass wir überhaupt gewonnen haben ist schön und jetzt gehe ich hier in meinen Ravigator Bro und hier kann ich halt jetzt ganz ganz safe auf eine Toxin gehen erstmal damit es halt so ein bisschen Damage kriegt aber Petro ist erstmal da was auch sehr wichtig war gehe jetzt erstmal auf Toxin ihr seht Erdbeben macht eigentlich rein gar nichts das ist eigentlich eher süß und ich kann jetzt hier halt safe auf die Toxin gehen kann dieses Ravigator vergiften ähm gibt halt jetzt immer Chip und mit Genesung kann ich mich hochheilen mit Drehplatte kann ich Schaden machen und so weiter und so fort und somit sehen wir Portion 2 kann jetzt hier Genesung drücken denn wenn ein Crypt kommt habe ich äh ja habe ich weniger Chancen das noch zu gewinnen deshalb ist eine Genesung relativ safe da können wir uns wieder aufheilen und ja und das ist jetzt hier so ein bisschen an Gift leidet ist auch gar nicht mal so schlimm und ich kann jetzt hier ganz safe hier jetzt auf meine Triplette gehen diese macht auch relativ guten Schaden an der Stelle Avigator kann hier eigentlich nicht mehr allzu viel machen und Triplette kommt diese macht hier ziemlich guten Schaden wie wir hier sehen Toxin kommt und ich kann eigentlich sagen das ist ein GG wir gewinnen hier 2 zu 0 gegen den guten Thief nochmal GG schönes Match auf jeden Fall und ja ihr seht wir tanken das hier sogar noch mit der grünen Luger können jetzt hier mit Triplette das Radigate rausnehmen was mir sehr leid tut denn Radigate ist toll und somit gewinnen wir 2 zu 0 und guckt auf jeden Fall die Sicht von Thief wird bestimmt lustig und er hat es glaube ich live ich weiß es gar nicht aber ich denke er hat es live aufgenommen und war ein echt schöner Kampf und da würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal und ciao